Es wird da noch den Balken demontiert. Und das muss passen, sonst kann er den Balken nicht aufheilen. Das heisst, ich habe nicht Millimeter, sondern Zentimeter genaues Fahren gebraucht. Die Balken angehängt und weg zum nächsten Feld. Heute ist grosser Trash-Tag. Weil morgen schlechtes Wetter vorausgesagt ist. Es wird aller Raps in der Gegend gedroschen. Sie sind ziemlich im Druck im Moment. Die Balken angehängt und weg zum nächsten Feld. Die Balken angehängt und weg zum nächsten Feld. Die Balken angehängt und weg zum nächsten Feld.